Ich wollte ja nur sagen, also mit Rennung komme ich nicht hinterher. Mit hochladen schon gleich gar nicht. Was, wir opfern uns? Ja. Ich brauche ja keinen Nadeswerf, ne, weil der Cleo wirft die Stun und du die Nades, ne, Christopher, oder? Ja, ich werfe beides. Okay. Ich wirft die Nades noch. Ja, eigentlich ist das aber besser, wenn du gar nichts wirfst, da bist du schneller. Brauch nicht schnell sein, weil die werfen eh ne Nade, wenn ich lege, der muss ich eh abtäuschen. Nice Doc. Nice Doc. Apotheke. Da ist ein Sniper. Oh. Ja. Warte. Apotheke. Du gucken. Guck ich hier. Apotheke, meine... Apotheke, meine Apotheke, meine Apotheke und einer noch unbekannt. Lackenade. Problem ist, ich habe nur eine MP. Ich habe eine AR fallen lassen, aber ne. Ich glaube, ob ich die einen Apotheke vielleicht wegkriege. Ich glaube, ich bin jetzt natürlich raus. Wollen wir die AR und lass mich wegschießen von dem AMA-Haus. Bei denen haben wir Spawn unten am braunen Auto, Sniper. Wahrscheinlich der letzte. Er hat eine P90 oben da. Ja, und Juggernaut. Ich gehe mal zur Bombe. Wir haben eine P90 oben. Wäre cool, wenn du irgendwie benden könntest. Okay. Bende. Oben, aus. Aus. Er kommt doch. Auf den. Holztreff finden. Er kommt doch. Auf den. Apo letzter. Apo, Apo. Ja. Apo der ist zurück zu der ins On, der ist zurück. Da könnte ich die Straße kommen. Ah, ich habe Straße. Da kommt auch Straße. Ich habe ja genug Muni. Ja, steht gemütlich da im Eck, Alter. Ja, ich habe die ganze Zeit auch gestehen. Nee, meine KT. Ah. Jetzt wird der Tiefenwirkung. Ecker so. Man müsste es ansagen, ne? Wegen Dings. Ja. Damit ich weiß, ob ich in Ruhe Klassen switchen kann. Boah. Einer zu drüben. Einer zu drüben ist. Du hast einer, äh, auf A. Ja, einer. Ja. Einer A top. Einer B. Am braunen Auto auf der Straße. A top mit MP. Zurück zu der ins Braun, einer. Sniper am Loch. Ist der immer noch. Oh, lol. Alter, lächerlich. Richtig lächerlich. Richtig lächerlich. Ich kann nicht. Du bist alleine gegen vier. Ehrlich, Alter. Oh, Gott. Nice. Nice stun. Get rekt. Hast du noch 20 Sekunden, ne? Komm doch. Der hat aber auch, äh, perfektes Aim. Ja, der ist gar nicht egal. Ja, da läuft da keiner, äh, zu dem Loch da irgendwie eine Stun oder so. Kann ich versuchen. Weil dann kann ich, äh, weil dann kann ich, äh, weil dann kann ich keine Klasse switchen, um durch die A-Borme zu sprayen, deswegen. Da darf halt leider keiner durchpushen. Keiner durch die Apotheke, aber einer in der Apotheke. Boah. Sniper auf der Straße. Braunes Auto. Komm, A-Haus, Otten. Oben drin, A-Haus. Abwech. Versuch mal, zu dir zu kommen, Christopher. Braunes Auto. Gehittet den Sniper. Ja, oben A-Haus war da nochmal. Oh, angehittet. Apotheke. Oh. Oben A-Haus. Abwech. Nice, Stark. Oh, hinter uns schon. Fuck, den hab ich nicht gesehen. Oh, Timelag Pro. Hinter uns mit P90. Juggernaut. Ja, und am Bomben. Das ist so recht zum Bus. Ja, da steht's. Mann, Alter. Ich werde nächste Runde mal zu A-Frau pushen. Sagen wir, wir passen auch einfach mal auf mit der Bombe. Erstmal kurz warten. Mit der Nade, ja. In zweieinhalb Stunden Zeit, ja, Minuten. Sollen die erst ihre verkackten Nades werfen. Einer rüber, einer rüber, einer rüber. Abwech. Oh, aber da war nicht der, der weg ist. Ja, ihr müsst den da oben haben, Alter. Oben A-Haus ist One-Shot, Alter. Scheiß SpongeBob. Ja, ich auch. Sorry. Ich seh'n grad' nicht. Ich hab' hier zu viel wegge-snipert. Ja. Mero. Ich hab' ihn. Zwei noch, ja. War da das oben im A-Haus? Nein, der war bei mir vorhin. Einer könnte wieder irgendwas snipen und uns. Oh, keine Ahnung. Mero hat ihn oben A-Haus. Nice. Unglaublich, irre. Sniper ist schon down, ne? Und jetzt musst du nur gucken, dass der die nicht zu Christopher pushen, Mero. Dass die da nicht rauskommen. Ja, oder was? Ja, genau. Oder noch, oder du stellst dich halt hinter den Tresen, dass du siehst, wenn sie noch eher rauskommen. Bei mir. Links. Musst du gucken, gleich noch. Komm gleich. Ich hab' da, da bewegt sich irgendwas. Mero hat die Tür. Ja. Er ist wieder zurückgegangen. Er hat bestimmt hier irgendwo die Bombe gedroppt. Das ist ja wieder zurückgegangen, Cleo. Cup Street, wenn er rüberkommt. Ja, Cleo hat, wenn er zum Chris geht und Chris hat die Bombe. Der kommt wieder. Man hat ja genug Muni, aber da kann man ja noch nicht helfen, das. So, ich push jetzt A-Haus vorne. Okay. Wo wir kommen? Krass. Weiter, da, Jungs. Jetzt ne Angriffsrunde noch. Jetzt bitte, äh, Cleo erst mal warten, dann mit Blenden, ne? Treffen wir ihn nur, werdet ihr mich sehen. Wir haben zweieinhalb Minuten Zeit. Apotheke. Ja, geht nicht down, Nutte. Noch keiner durch, ne? Ne. Nice, stark. War das der Apo? Oh, nee, alter. Am braunen Auto wieder. A-Haus, top. Boah. Und in Apotheke. Ich guck grad, dass hier in der Durchschenkel. A-Haus, Oby. A-Haus, top. Er ist sowas von weak. Der Juggernaut, ja, ne? Ja, und Apotheke. Apotheke, der Sprite auf die, äh, Bombe. Ja, genau. Schön, äh, äh, schön, in Apotheke, ja. Nice. Nice, zwei noch. Und, wo jetzt wieder? War bestimmt da oben im A-Haus, ne? Ne, ne, war ja vorne. Oder so. Jetzt haben wir noch einen hier in der Apotheke und jetzt kommt ein Sniper, ne? Ja. Vero, jetzt könntest du mal planten. Vero plantet. Boah, der hat mich gestunnt, der Wichser. Kommt der durch? Ja, der ist wirklich, wenn ich da der Sniper ziehe, Klero. Ja. Toll. Klero ist probiert. Uh. Midstreet. Nice. Nice. Schön. Alter. Oh, alter. Juh. War ein heißes Eisen. Äh, Chris, ich push mit dir mit auf A, ne? Okay. Auf meiner Posi fühle ich mich müsslis gerade. Ja. Ja, ja, glaube ich. Einer nach B rüber, keiner zu Chris. Na, einer ist schon nach B, also... Einer hilft bitte, braunes Auto rum, Sniper. Sind zu dritt auf B. Bei mir ja, oh, lol. Ey, das war jetzt dumm, alter. Keine Ansage, nichts. Da Bomber, glaube ich. Ich nader. Ja, pass auf, der ist bei dir durch, Jungs. Und Sniper, an der uns vorn, am braunen Auto. Da bom, hast du umplantet. Ja, und am Loch. Nate von A. Weil einer ist bei, ähm, B außen in der Ecke. Bye. Ey, war doch nicht der Sniper gewesen. Einer ist am Loch, und der Sniper sitzt da am Spawn, an dem Mauerstück. Der, ne, hast schon. Ja, ich bin jetzt gestorben, weil keiner geschaut hat, die Dings. Ja, weil der Sniper mich gepredingst hatte, da musste ich mal kurz weg, tut mir leid. Gibt da keine Spots, wo du nicht entdeckt hast. Ne, der hatte da durchgesprayt. Sniper sieht dich doch. Der schält sich auf das Auto hier, und dann sieht er alles in der Apotheke. Wenn ich mich da hinleg, dann hat er mich eingesprayt, dann musste ich da ein bisschen weg. Das geht doch, egal. Eine Apotheke durch. Ja, durch. Eine Apotheke drin. Einer kommt, die entgegen gepusht, wo auch immer. Ja, Hilfe! Boah, lol, Alter. Aber One-Shot, ne? Ja, ein Glück. Apotheke. Boah, ich krieg... Eh. Der Apotheke ist zurück zum Spawn. Einer ist Street, ist down. Blick. Also, A vor Letzter, der neuer was. Da war'n, halt gut. Brau'n ist Auto. Das ist braun'n hinter. Brau'n ist Auto ist One-Shot. Ah, fuck. Oh, Gott. Tilt' einfach. Zero hat braunes Auto, Meersau hat etwa Apotheke. Apotheke, 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 geweckt! Das ist der Letzte. Ja, weiß ich. Ja, einer. Das One-Shot in dem Ding. Zero-Challenge ist zu hart. Ja, ich wollte's nur gesagt haben. Ich hab da hinten bei denen im Spawn schon den Fehler gemacht. Das war dumm von mir. Der war auch schon weak. Kein Glück war der andere weak. Oh, der Witz. Let's go, Jungs. Versuch nochmal durchzufrischen hier bei B. Schön, konzentriert. Ich guck links. Und stopp. 28,5. Hab' ich schon gesehen hier. Einer durch bis jetzt. Hier wurde gestunt bei Alpha. Nein, ist einer. Einer war noch Street. Bei Alpha einer durch. Nein, ich mein' nicht. Ich hab' ihn gesehen. Einer noch bei B hinten. Also A-Haus top ist auch keiner. Du siehst noch, du siehst noch da rein, muss er, ja? Ja. Gut. Nice, genau. Nice. Noch einer. Er ist an deren Spawn an der Mauer Stipp da gewesen. Ähm. Bon Auto, grün Auto. Aber ich fahre an der hinter der Mauer, Mann. So, jetzt fällt er mich durch den Tisch weg. Tut mir halt, Bombe ist bei B vor dem Melonenlager hinten gedroppt. Äh, Doc, hast du unten? Ne, ich guck's. Weed. Achso, okay. 2 gegen 1, ne? Jetzt A-Top. Alter, so lächerlich, Mann. Ähm. Time is running out. Vielen Dank. Was noch, Nate und Stun? Ja, ich weiß. Stark. Alter, wenn der jetzt uns... Wenn der die Runde geholt hätte, wäre ich rausgeklippt. Er hätte den Klapp zu machen, ne? Ja. Weil wie echt schnell er mich wieder weggefickt hat, Alter. Na gut, du weißt doch, dass man in dem Spielstage schirbt. Ich hab noch nichts Neues. Ich hab den Stand-Headshot. Ich hab mich schon so gefreut, Alter. Drei Leute weggehauen und dann... Tot, tot, tot. Ja, da wolltest du wieder zu viel. Hey, ihr seid denn alle gefallen? Du bist als erst gestorben, dann... Kettenreaktion. Butterfly-Effekt. Und das Auto. Mega weak. Apotheke. Apotheke, ja, ja, Apotheke. Mit Sniper, genau. Sorry. Hast du Apotheke, Antex? Ja. Aber einer ist Apotheke drin, den höre ich von hier aus. Einer A oben drin. Krieg. Snate. Snate. An der Treppe hinten rechts. Versuch mal die Bombe zu legen jetzt. Klick. Noch drei. Drei und drei. Noch zwei. Einer vorne, einer, einer an der Dings. Nice. Apotheke. Apotheke is weak. Apotheke letzter. Oh, einer noch. Heißt, es ist platziert. Einer noch, ne? Ja. Der Baum hat geplanten. Er ist mit Street. Er ist braun. Nein, stark. Nee, der ist braun. Ich hab down verstanden, ich sag, hä? Du bist ja erst braun, du hast ihn, Marcel, hast ihn angekackt. Ausnahmsweise nicht. Schön gemacht, Sack. Jo, danke. Nee, du nicht. Well done. Victory is ours. Wake zu dir. Verstehen. Dump. Ich tag ihn. Ich tag ihn. Vielen Dank.